Yo, Leute, was geht? Ich bin Jona und ich habe ein ganz besonderes Video für euch vorbereitet. Meine drei absoluten Lieblings-Marvel-Superhelden. Also in den Serien gab es bis jetzt noch nicht so wirklich viel von Doctor Strange zu sehen, aber ich hoffe wirklich, dass es ändert sich noch. Spider-Man war der allererste Superheld, den ich persönlich kannte. Das war wirklich ein super, super geiler Film und seitdem ich den gesehen habe, liebe ich diesen Superhelden. Ant-Man. So, Leute, Trommelwirbel, wir kommen zu Nummer 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017